Das Orakel von Oberhausen hat gesprochen und der Tintenfisch mit Namen Paul hat sich diesmal gegen die deutsche Seite entschieden. Paul tippte am Dienstag auf eine Niederlage der Deutschen Elf im Halbfinale gegen Europameister Spanien. Für die deutsche Nationalmannschaft ist das einen Tag vor dem Spiel gegen die Spanier ein denkbar schlechtes Omen. Sebastian Kröger, Mitarbeiter im SeaLife Aquarium von Oberhausen, erklärt. Diesmal nach dem, was wir bisher geleistet haben gegen Argentinien, werden wir die einfach vom Platz weg putzen. Das ist meine feste Überzeugung und deswegen denke ich mal davon aus, er hatte einfach heute irgendwie einen Knick in der Optik oder so. Paul, der Tintenfisch, wählte diesmal die Futterschale, die mit der spanischen Flagge beklebt war. Schon nach wenigen Minuten holte er sich die dort platzierte Muschel. Sein Tipp ist umso bitterer, als das Tierorakel mit seinen Prognosen bei dieser WM bisher stets richtig lag. Der Tintenfisch hatte in der Vorrunde sowohl die Siege Deutschlands gegen Australien und gegen Ghana, als auch die Niederlage gegen Serbien richtig vorausgesagt. Auch bei den K.O.-Siegen des DFB-Teams gegen England und gegen Argentinien lag Paul bisher stets richtig. Allerdings, und das ist ein Hoffnungsschimmer für die Mannschaft von Joachim Löw, hatte Paul mit seiner Vorhersage genau vor dem EM-Finale 2008 gegen Spanien seinen bislang einzigen Aussetzer. Er hatte damals für die deutsche Seite getippt und damit zum bisher einzigen Male falsch gelegen. Sollte der Tintenfisch also diesmal und dieses eine Mal wieder falsch liegen, dann würde doch die deutsche Mannschaft gewinnen.